Aber gute Runde Was ist die Scheiße bei der Karre? Wann kommt eigentlich ein Monster Slug? Das ist Map 23 Alle auf die Klasse Boah nee, ich hab'n Sportwagen, da hab ich schon mal abgemüßt Omos, da bist du, komm mal hier bitte hin Können wir die Eingänge gut absichern Komm zu euch, ne? I'll be back Ach, da hinten bist du übrigens Gude Regle mal die Eingänge ab Ach Geh mit schnell Till, stell ich mal, genau Mit dem Truck kannst du dich gut vor die Rampe stellen Weil du bist nämlich ziemlich Viel Gewicht Ja, genau so Ist doch ein bisschen arm Da kommt einer Ich helf dir Der ist durchgebrochen Schieben weg Vorsicht Lassen wir ihn nicht mehr weg Den, den hatten wir mal gut schaden Zwarfatz Oh, da hinten kommt einer Vorsicht, hinten kommt Dingsbums Big Boss Äh Ich teile, wir teile uns aufkämpfen Ja Alter, White Noise Der hat immer ein Gelände warten Immer Äh, wer ist denn überhaupt noch drin? Mein Ich hab Freestyle erledigt Da ist Marius Ich suche hier grad Ja, da ist Marius Warte, ich guck grad Hombus drauf Musch... Ihr seid hier einzigen zwei Gut Ah Ich weiß nicht, auf Plattformen hat glaube ich eher der Marius Ja, wohl eher der Till Marius hat eher auf uns Ich weiß nicht Wer jetzt die besseren Partner für dich hat Weil der Marius etwas wendiger ist Nein Wenn man sich mal hier anguckt Das ist relativ, äh, schwer Nein Ey, Schrauben Nein Das ist... Oh, jetzt hab ich mich vertreben Boah, ey, da, da Schrauben an Nein Verdammt Du hast den größten Anfänger Fehler gemacht, den es gibt Okay, die machen doch noch viele Und ich bin da Nein Ach, verdammt Lauf weg Das war peinlich Ries, du marsch jetzt Oh, denn ist jemand Hochkantraus geflogen Ach, da bist du jetzt Der ist noch drin Freestyler Okay, der ist jetzt weg Dennis 100 Freestyler Das hat's aber Glück gehabt Der ist noch drin Freestyler's down Ja Äh, Fre... Freestyler's drin, aber ne, der ist jetzt Da ist er Bei dem würde ich jetzt erstmal weggehen Oh, wenn das kein Camper ist Aber wie uns wird natürlich vorge... Egal, ich will meinen Mutten zu voll nehmen Oh... Also, ich bin ja wohl kein Camper Guck mal, kann man denn leben Nein, du... Ich würd, ich würd doch nicht sagen, dass wir alle Camper sind Wir sind... Aber andere, die wirklich schon da hingehen Und wie der jetzt Das ist Campen Denn er muss was machen Der kann nicht einfach stehen bleiben und sagen Ähm, ich warte jetzt so lang, bis er kommt Das ist Campen Stell dich quer dahin, Marius, komm Der war gut, Marius Marius hat hier einen stärkeren, äh... Oh, 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 nice, nice, weiter, weiter Hey, Marius Aaaaah Was seid ihr denn alle so still, ey? Ach, wann kommt ihr die scheiße Monster Truck Welt? Ich muss mich hier konstantieren Äh, das ist die nächste Map Das ist die... Das machen wir als Abschluss Die Monster Truck Corp ist unser Abschluss Ah, Marius, du bist direkt vor mir Also Monster Truck ist wirklich Achso, was vielleicht noch erwähnt werden sollte Die Fässer, die hier rumstehen Wenn ich da jetzt gegenfahren würde, bin ich tu und tu Fahr mal gegen den Weg da von den Fässern Was ich hab jetzt eigentlich die geilste Karre, die ist wenn nicht schneller... Auf einmal sind wir jetzt 12 im Derby Ja Also Monster Truck ist gleich das letzte, was wir machen Dann machen wir mal ne kurze Aufnahmepause Huh Aber auch jetzt... Einer gegen die Fässer Hütet euch vorher gegen die Fässer zu fahren Oh, hier kommt... keiner Okay, was wir jetzt grad machen Das ist cae... Ja, ganz ehrlich, wenn andere Leute das machen, dürfen wir das ja... Oh, ich ne... Aber trotzdem, das ist nicht die feine englische Art Aber die feine englische Art Ja, die feine englische Art Und... Ähm.. So in der Grund England ist Überbewerb Aber unter in die Garage, da geht es grad ab England ist so ne Affeninsel Ich glaub die Plattform war, wo kann Atomfässer sind Bist du Rassist oder was? Ja Was lässt du erwarten, ist vielleicht Warum? Jetzt hab ich doch da! Milo, La und wer noch? Noch ein paar Weg, weg, weg! Ja, oder? Mal weg Guck mal, Epicool macht sich hier wieder umbilden Wer war das jetzt? Wer jetzt die einzigsten drei? Nö, es sind... Ich kann noch vier erkennen Da oben ist er, da oben ist er Fahr! Fahr! Entschuldigung! Seid ihr jetzt tot? Ja, ich bin tot Eieieiei Wo sind wir hin? Soll ich dich jetzt verfolgen, oder was? Aha, da oben kommt er Kevin, aufpassen! Oh, kommt er! Ach, jetzt ist er schon wieder da unten, ich fass es nicht Fuck! boah W-b-b-b-m-m-m-, Aaaah! Till hier oben Jaja Ich bin... Ich bin grad bei Kevin Aber der... Doch ich komm jetzt! Nein, Mario, es ist zwar unos Fehler! Ich weiss.. Da hast du Glück gehabt. Ich hab'n glaub' ich ausgedockt, oder? Ja, Kevin hat ihn. Nein, der lebt noch! Der lebt noch! Ja, genau! Der zieht schlecht aus, Kevin. Bleib so stehen! Bleib so stehen! Ja wohl, der andere hat fast kein Leben mehr. Bleib so stehen! Bleib so stehen, das schafft er nicht. Bleib so stehen, der fällt. Ah! Feiglich! Versuch langsam, ganz langsam zu wenden. Ganz langsam! Ja, geschafft! Ja, das versucht er mich ins Milchfeld zu holen. Alter, ja. Was? Dann stellt man sich für lieber seiner nach raus. Was? Hey! Der tut geht mir so auf den Sack, gell! Wieso hast du das grad überlebt? Bin ich dagegen gefahren. Ja. 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 Junge! Ja. Ja. Kann ich150- 62 Tag nicht machen. Im warmer Zeit! Das war's ja nicht. Und es ist jetzt einタminded. Und. Und dann gleichzeitig geht das auch wieder im sostleben. Letztend also, dass wir wahrscheinlich alle wegsetzen. ich bin das Mädchen als das ist als er steht der Engel kommen er ist ganz langsam da runterfahren war von der Rampe aus bisschen das ist so unährenhaft so das ist die letzte Map die wir spielen